Hallo, die Hörer, was darf's denn noch sein? Ein Päckchen, eine Spezi und ein Bierstück als drei. Sie dreht sich um, geht zum nächsten Tisch, kommt da noch was her. Und das Schafkopf verdient mittlerweile auch keiner mehr. Sie ist Kiel wie das Mauchwasser im Februar und die Häuser wird wie ich schlau auf der Messe. Sie studiert BWL, so gesprungen der FH und ich hab da fest. Sie ist so intellektuell, war schon in Wagga Wagga, well, well, well. Wenn ich was sag, hört's mir gar nicht schön zu, weil ich bin ja bloß ein Bauderbauer. Wer kriegt denn noch eine halbe, um eins macht mir zu? Was soll denn gleich kassieren und dringende Schuhe? 12,50, das kostet, macht 20 gute Frauen. Das erste Mal heute Abend, lacht's mir einmal an. Sie hat mehr Kurve wie die Wände in Richtung Harburg rauf und mehr Temperament wie Osegau. Sie schockt auf mich durch, aber ich geb nicht auf. Da ist schon etwas faul. Sie ist so intellektuell, war schon in Wagga Wagga, well, well, well. Wenn ich was sag, hört's mir gar nicht schön zu, weil ich bin ja bloß ein Bauderbauer. Ich bin ja bloß ein Bauderbauer. Sie ist so intellektuell, war schon in Wagga Wagga, well, well, well. Wenn ich was sag, hört's mir gar nicht schön zu, weil ich bin ja bloß ein Bauderbauer. Ich bin ja bloß ein Bauderbauer. Untertitelung des ZDF, 2020